So, willkommen zu diesem kurzen Crash-Kurs-Tutorial. Wir gucken uns die Kamera-App des iPhones ein bisschen genauer an. Was können wir damit eigentlich für Video so veranstalten? Inwieweit ist diese Kamera-App eigentlich tauglich für alltägliche Zwecke, wenn wir als mobile Reporterinnen und Reporter draußen sind? Ich habe hier mein iPhone. Das iPhone schmeiße ich euch jetzt mal live auf dem Schirm. Sollte hoffentlich jetzt gleich auftauchen. Erstmal muss ich mich hier klein machen, damit er mich weiterhin hört. So, da ist mein iPhone. Ihr könnt das gerne versuchen, mal so in etwa nachzuempfinden, was ich hier mache und dazu mal euer iPhone in die Hand nehmen. Und tut mir eingefallen, im ersten Schritt geht mal einmal auf die Settings, so dass wir mal schauen, ob wir da alle mit den gleichen Voraussetzungen arbeiten. Also Settings oder Einstellungen. einmal suchen bei euch auf dem Phone. Dann da drauf gehen. Und dann landet ihr hier auf der Startseite, auf dem Hauptmenü der Settings. Wenn ihr jetzt mal runterscrollt, dann findet ihr ziemlich weit unten hier den Bereich mit Musik, Fotos, Kamera. Und da geht bitte mal auf die Kamera-App. Und jetzt seht ihr eine Übersicht. Bei mir steht es hier auf Englisch. Wegen englischer Tutorials. Bitte ich um Verzeihung, aber es sollte bei euch gleich aufgebaut sein. An zweiter Stelle ist bei mir aktiviert in der zweiten Zeile Grid. Oder bei euch steht Raster. Das ist vielleicht noch deaktiviert. Macht euch das mal an. Das ist nämlich ganz praktisch fürs weitere Drehen. Und dann können wir gleich nochmal den Blick etwas hier die Zeilen hinunterschweifen lassen und mal gucken auf Record Video. Videoaufnahme. Und einmal schauen, auf welchen Settings das steht. Das steht jetzt bei mir auf 1080p. 30 Frames pro Sekunde. 30 Bilder pro Sekunde. Klickt mal auf die Zeile. Ihr seht, was euer Telefon sonst noch so kann. Die meisten Geräte sind mittlerweile in der Lage, auch einfach 4K zu drehen. Also hier seht ihr, könnt ihr die Auflösung auch nochmal wesentlich höher schalten. Dementsprechend geht aber eben auch der Speicherplatz deutlich schneller zur Neige. Also, wir machen hier mal 1080p. Gerade für meinen Stream hier wird das sonst ein bisschen viel. 1080p, 30 Frames pro Sekunde. Raus aus den Settings. Und ab geht's rein in die Kamera-App. So, da sind wir. Und jetzt sehen wir hier schon ganz praktisch. Ich lege es mal auf den schwarzen Hintergrund, damit man es besser erkennen kann. So, jetzt sind bei mir diese schönen Linien eingeblendet. Und mit den Linien kann ich schön arbeiten bei der Bildgestaltung. Ein Drittel, zwei Drittel ist so ein bisschen orientiert am goldenen Schnitt. Und da kann ich schön Objekte drauf platzieren. Dann sieht mein Bild deutlich besser aus. Wir haben in der Kamera-App, ich bin im Moment im Fotomodus, sehen wir. Wir können natürlich Fotos damit machen. Wir können auch Videos damit machen, indem ich hier unten einmal rüber schalte auf Video. Roter Knopf, klar, starten wir die Aufnahme. Aber vorher noch ein paar andere Sachen. Ihr seht dieses gelbe Quadrat, was die ganze Zeit schon automatisch aufploppt. Ich filme mal euch, damit ihr mal seht, wie ihr für mich aussieht gerade. Nämlich hier in diese Kamera, da gucke ich rein. Und wenn ich die Kamera umdrehe, oben rechts gehe ich mal auf die Selfie-Kamera. So, jetzt sehe ich mich auch selber. Machen wir das mal zur Orientierung. Könnt ihr mich besser sehen und gleichzeitig nachvollziehen, was ich hier mit der App mache. Wenn ich hier drauf tippe, auf den Bildschirm, dann erhalte ich immer dieses kleine gelbe Quadrat. Und damit kann ich den Fokus oder die Schärfe von meinem Video festlegen und auch die Belichtung. Ist super, gerade wenn ich O-Töne mache, Talking Heads, so wie das, was ich hier jetzt mache. Dann kann es schnell sein, dass wenn ich irgendwas vor der Kamera mache, dass sich das Bild schnell verändert in der Belichtung oder in der Schärfe. Und ich möchte, dass es konstant bleibt, dass es auf meinem Gesicht bleibt. Und insofern tippe ich hier einmal etwas länger auf mein Gesicht. Und dann kommt dieses kleine Quadrat und es sperrt sich. Jetzt habe ich so eine AE-AF-Sperre drin. Probiert das gerne mal aus. Lange gedrückt halten, auf einer bestimmten Stelle im Bild, dann kriegt ihr das auch hin. Und jetzt kann ich hier das Bild, wenn ich die kleine Sonne mit dem Daumen oder Zeigefinger ein bisschen rauf und runter schiebe, kann ich das Bild sogar heller und dunkler machen. Das ist sehr wichtig. Gerade wenn ihr O-Töne mit dem Handy macht, denkt da immer dran, diese Sperre einzusetzen. Dann werden die qualitativ deutlich besser. Ihr seht natürlich, ich drehe mich im Moment im Querformat. Mir hilft diese obere Linie gerade bei der Platzierung der Augen ganz gut. Gerade wenn ich in die Kamera spreche, kann ich mich ja auch mittig einsetzen, so wie bei einem YouTube-Video beispielsweise zur Begrüßung. Ich kann das Ganze natürlich auch im Hochformat drehen. Jetzt schaltet das Ganze mal um. Das wäre der gangbare Weg, wenn ich hier beispielsweise einen quatschenden Kopf für meine Insta-Story produzieren möchte. Dann kann ich das Handy einfach entsprechend hochkant drehen. Wichtig nur, macht euch bitte vorher klar, für welche Plattform produziert ihr. Und dann dreht euer Material konsequent in der Form, in der ihr das möchtet. Also hoch oder quer. Gemischte Varianten, das macht dann manchmal am Ende ein bisschen Probleme. So, im Hochformat geht es also genauso. Auch mit der Sperre seht ihr. Und so kann ich mir wunderbar erstmal beispielsweise ein Talking-Head drehen. Wichtig, wenn ihr das macht, benutzt idealerweise, das habt ihr jetzt im Moment nicht da, weil wir hier nur ein Webinar haben und nicht im gleichen Raum sind, benutzt idealerweise ein kleines Ansteck-Mikro. Es gibt diese Ansteck-Mikros extra für Smartphones. Hier ist so ein kleines. Den Link tue ich euch nachher mit in die Handouts. Das ist eine super Verbesserung eures Tons. Die Tonqualität wird deutlich besser. Und damit solltet ihr eigentlich immer arbeiten, wenn ihr draußen im Feld unterwegs seid, weil ihr doch damit auf der Tonebene ganz, ganz andere Standards setzt, als wenn ihr das Eingebaute nehmt. Okay, soviel zur ersten Runde. Probiert einen kleinen O-Ton aus, also einen kleinen Aufsager in die Kamera. Schaut bitte nicht auf den Bildschirm, so wie ich das jetzt gerade tue. Dann gab man nämlich eine merkwürdige Blickrichtung, sondern in den kleinen Knopf, in dem Fall hier oben im Hochformat, in der Kopfzeile des Handys, wenn man so will. Gut, soviel dazu. Wir sehen uns gleich.